Hallo und herzlich willkommen am Tele-Stammtisch. Hallo und willkommen zum Tele-Stammtisch. Zur Besprechung von Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums. Ich bin Stu, ich kenne die Geheimnisse des Universums schon und ich kann euch sagen, so toll ist das nicht. Und das letzte Geheimnis, was ich enthüllen kann, ist, der Film startet am 8. Februar in den deutschen Kinos. Ich habe ihn nicht gesehen, aber ihr habt es schon gehört, Schlogger hat ihn gesehen. Hallo Schlogger. Hallo, ich habe hier schon reingekichert über deine Witze. Da werde ich schon direkt aufgeheitert. Ich bin halt einfach, ich bin ein lustiger Typ. Weißt du, ich will es da gar nicht, ich sage, wie es ist, ich bin ein lustiger Typ. Kann man mögen, kann man nicht mögen, aber ich bin einfach lustig. Das ist einfach so, was soll ich sagen, ich habe es mir nicht ausgesucht. Ich habe mir auch nicht ausgesucht, diesen Film nicht zu sehen, aber ich habe es leider nicht geschafft, beziehungsweise ich habe gar nicht mitbekommen, dass der gezeigt worden ist. Aber Schlogger, die ist ja überall unterwegs, die kennt sich halt aus, denn ich bin lustig, aber Schlogger ist halt informiert. Und deswegen konntest du schon diesen Film sehen. Und ich bin jetzt genauso gespannt wie ihr da draußen, denn ich weiß wirklich fast gar nichts. Deswegen Schlogger, hau raus. Worum geht es denn in? Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums. Also man könnte jetzt meinen, es geht hier um eine Verfilmung von Philosophen und Schriftstellern, die sich treffen und im griechischen Altertum die Geheimnisse des Universums entdecken. Aber nein, es ist eine Young Adult Buchverfilmung. Das Buch ist von 2021 und es geht um die zwei Teenager Aristoteles und Dante. Aristoteles wird Ari genannt, spielt 1987 in El Paso in Texas und geht eben darum, wie die zwei sich kennenlernen, wie sie über ihre, also die eine hat einen mexikanischen Hintergrund, und der andere weiß ich auch nicht, auch irgendwas südamerikanisch oder mittelamerikanisches, wie es darum geht. Wir haben familiäre Krisen, also von Ari zum Beispiel. Der große Bruder ist im Knast, aber niemand spricht über ihn. Und dann kommt natürlich auch etwas Homoerotik auf, aber vielleicht nur vor einem von den beiden. Also wir haben ganz viele kleine Themen, die einen Teenager so beeinflussen und beschäftigen. Und das Ganze ist auch produziert von Lin-Manuel Miranda. Das heißt, man sieht schon, es hat eben ein bisschen, es interessiert ihn halt einfach, dass wir so ein bisschen diesen kulturellen Hintergrund haben und eben auch ein bisschen so die LGBTQTIA-Richtung. Gut, jetzt hast du mich komplett wirklich überfahren, denn ich hatte halt nur die Titel gekannt und ich dachte wirklich, das ist sowas wie so ein Kinderfilm wie Checker Tobi, wo irgendjemand etwas erklärt. Aber nein, Aristoteles und Dante ist also ein Coming-of-Age-Film. Ich habe jetzt hier auch das Poster vor mir und du hast ja auch schon erwähnt, dass es da auch homosexuelle Tendenzen gibt. Also dass einer von den beiden zumindest gleichgeschlechtliche Beziehungen bevorzugt. Wie groß ist das thematisiert in dem Film? Also es ist schon ein großes Thema. Eigentlich geht es darum, dass wir haben hier eben Dante, der ist ein bisschen quirliger, ist offener, läuft gerne barfuß rum und wir haben Aristoteles, der ein bisschen verklemmter ist und die zwei kommen sich dann eben näher. Dante ist offensichtlicher homosexuell und verliebt auch in Ari, aber traut sich eben nicht, das auszudrücken, weil Aristoteles sich davor eben sehr drückt und sehr viel Schiss hat. Auch weil er in seiner Familie gelernt hat, dass die, also seine Tante ist, glaube ich, lesbisch gewesen und die wird halt so ein bisschen geschasst von der Familie und das bringt er dann halt mit. Und dann geht es eben auch darum, die beiden trennen sich irgendwann im Film, weil Dante für ein Jahr mit seiner Familie wegziehen muss und dann ist ein Teil des Films eben auch einfach nur, wie die beiden, beziehungsweise wir sind bei Ari, das ist unser Protagonist, wie er Briefe kriegt von Dante, aber sein Leben eben weiterlebt und versucht, sich so zu finden und wie sie dann eben wieder zusammenkommen, ob sie durch ein Jahr der Trennung, was in einem Teenager-Leben ja sehr viel lang ist, ob sie sich da eben noch nahestehen oder nicht. Und es geht schon auch ein bisschen darum, diese eine quirlige Seite, diese offene Seite mit der Sexualität und diese eben, diese andere Seite, die Angst davor hat. Das ist jetzt keine neue Geschichte, aber es sind die zwei Schauspieler, die stellen das sehr süß da auch. Hat der Film denn in der Besetzung irgendwelche Gesichter zu bieten, die auch in unserem Breiten gerade etwas bekannter sind? Ja, tatsächlich eine und zwar die Mutter von Dante wird gespielt von Eva Longoria, die man ja kennt aus Desmond Housewives zum Beispiel. Ah ja, stimmt, Desmond Housewives, genau. Die hat jetzt auch diesen Flaming Hot-Film gedreht für Disney Plus, den ich nicht gesehen habe. Das gehört hier aber auch gar nicht hin. Aber du hast doch mir gerade erzählt, dass du Radical gesehen hast, oder? Genau, ich habe vor kurzem Radical gesehen, der glaube ich in Deutschland am 21. März, zumindest das ist unser jetziger Status, erscheinen wird. Genau, und da spielt auch jemand mit, der bei diesem Film auch mitspielt und zwar heißt der, Moment, ich gucke ihn nach, der heißt Eugenio Derbez. Okay, das ist interessant für den Eugenio, ich weiß gerade nicht, wen er in Radical spielt, aber Radical konnte ja in unsere Besprechung reinhören, wenn sie dann im März erscheinen. So viel kann ich sagen, ein sehr schöner Film. Ich glaube, er spielt den Hauptlehrer, den heißt er Sergio. Achso, das ist der, der spielt da mit in Aristoteles und Dante. Weil das ist halt wirklich in Mexiko ein Topstar, also der ist in Mexiko einer der bekanntesten Schauspieler oder auch Komiker, die es gibt tatsächlich. Genau, und der spielt hier den Vater von Aristoteles, der eben auch, also der redet sehr wenig und ist dementsprechend weiß Aristoteles auch nicht, wie der über seine potenzielle Homosexualität denken würde. Und es wird auch gar nicht drüber gesprochen, es wird ja nicht mal über den großen Bruder gesprochen, der offensichtlich nicht da ist. Okay, das klingt jetzt für mich alles wie ein sehr schweres Drama und Coming of Age ist ja auch nicht nur lachen, lachen, sondern auch ein bisschen wein, wein. Aber bekommt Aristoteles und Dante, ist der mehr ein Film für die Tränensäcke oder kitzelt der manchmal auch ein bisschen das Zwerchfell? Also es ist weder ein sehr trauriger noch ein sehr lustiger Film. Wir lernen die beiden kennen in dem Sommer in Texas, es ist alles sehr schön bunt, es ist leicht, die beiden sprechen miteinander, Dante ist auch sehr kreativ und will eben den Ari ein bisschen auflockern. Es gibt sehr schöne Natur-Szenen, also die wohnen ja wie gesagt in Texas, fahren dann auch in die Wüste und gucken sich die Sterne an und zelten da drunter. Also deswegen würde ich sagen, der hat keinen krassen Ausschlag in eine von den beiden Richtungen, aber es ist eher ein leichter Film, der ein bisschen den Drama-Aspekt aus dem Teenager-Sein mit sich bringt. Und hast du dich da, weil, Überraschung, ich werde jetzt die Katze aus dem Sack lassen, aber die Schlöger war auch mal Teenager. Ja, jetzt ist es raus. Hattest du das Gefühl, dass Aristoteles und Dante wirklich auch seine Zielgruppe anspricht oder wirkt das vielleicht mehr wie ein Film, wo ein 40-jähriger Regisseur so tut, als ob er noch Teenager ist und versucht eine Zielgruppe anzusprechen, die ihm aber gar nicht mehr zuhört? Ich weiß nicht, ob ich das noch so bewerten kann, also es ist auf jeden Fall so, in diesem Jahr, als die beiden getrennt sind, da kriegen wir ja eben schon einen Zusammenschnitt mit, was in so einem Jahr alles passiert. Also einen Job finden, mit Gleichgeschlechtlichen oder anders, also irgendwie ein bisschen seine Sexualität erforschen, in Amerika ja auch das erste Auto, einfach ein bisschen seine Familie kennenlernen und in dem Fall von den beiden hier eben auch ihre ethnischen Hintergründe so ein bisschen erforschen. Und das ist das schon, dafür nimmt sich der Film auch Zeit und ist auch schön dargestellt, fand ich. Okay, also auch wirklich, das eine ist ja schöne Bilder und das andere ist ja auch eine interessante und schöne Inszenierung. Wie sieht es denn mit der Inszenierung aus? Es gibt ja im Coming-of-Edge schon wirklich hervorragend inszenierte Filme, zum Beispiel The Perks of Being a Wallflower fällt mir da spontan ein oder Submarine. Wie sieht es jetzt mit Aristoteles und Dante aus? Okay, Perks of Being a Wallflower habe ich auch gesehen und kann mich weder bei dem noch hier bei Aristoteles an eine herausragende oder ob die Inszenierung gut oder schlecht war. Deswegen kann ich den Film, die Antwort meine ich dir da konkret nicht geben, aber dadurch, dass es mir nicht negativ aufgefallen ist, würde ich schon sagen, dass es eine solide Inszenierung war. Jetzt ist es ja so, dass der Film spielt 1987. Ist da so ein Film, der sehr auf Nostalgie setzt oder lädst du das eher aus? Nee, also du siehst auf jeden Fall, dass es in den 80ern spielt, aber es ist jetzt nicht so, dass du hier irgendwie bei Stranger Things jetzt die volle Kanone die ganze Zeit hier abkriegst. Hier, guck mal, guck mal, guck mal, hier ist noch ein Zauberwürfel und keine Ahnung. Okay. Und glaubst du, dass der Film wegen seiner Thematik vielleicht auch oder auch seines Handlungsortes, denn ich glaube, rausgehört zu haben, dass die beiden jetzt nicht gerade in einer Welt leben, die High Class ist, sondern wahrscheinlich eher bürgerlich? Ist es gut bürgerlich oder ist es mehr sogar vielleicht eher Armut, die da vorkommt? Also dadurch, dass der Bruder im Knast sitzt, ist es nicht gerade, es ist eine, also sie sind nicht arm, aber auch nicht reich. Also eine untere Mittelschicht, wobei hier Dante ist schon ein bisschen betuchter, die Familie, das muss man schon sagen. Also okay, nee, es ist Mittelschicht. Es ist schön, wenn man Fragen mal antworten muss, auf die man nicht gefasst war, oder? Ja, so, ich habe es gerade überlegt. Ich muss ja auch sagen, es ist ja schon fast zwei Monate her, dass ich den Film gesehen habe und musste da kurz drüber nachdenken, wie denn die nochmal, die Familiensituation aussah. Aber ja, ich habe die Antwort gegeben. Okay. Noch eine Frage, ich hoffe, das kannst du jetzt beantworten. Klar. Wie gesagt, die Licht ist so, okay. Wie ist denn so die Chemie zwischen den beiden Hauptdarstellern Max Pelayo und Ruiz González? Also ich hatte es ja vorhin schon kurz angedeutet, mir haben die beiden gefallen. Ich mochte, dass die ihren Rollen entsprechend gecastet waren. Also wir haben ja diesen quirligeren Dante und eben den ein bisschen ernsteren Ari. Und ich mochte die beiden gerne. Ich kannte überhaupt niemanden von denen. Bis auf Eva Longoria kann ich überhaupt gar niemanden aus dem Cast. Und sie hat auch gar nicht so viel Raum im Film. Also sie ist halt einfach nur die Mutter und taucht halt auf, wann die Mutter mal auftauchen muss. Und sie ist ja auch ein halbes Jahr weg, ein ganzes Jahr weg mit Dante. Und ansonsten haben mir die Schauspieler ganz gut gefallen da. Was glaubst du denn kann dieser Film seinem Zielpublikum, da würde ich mal abschätzen, das sind Zuschauer und Zuschauerinnen zwischen 14 und 21 Jahren. Was kann er seinem Zielpublikum denn deiner Meinung nach mitgeben? Also was ich gehört habe, ich habe das Buch nicht gelesen und ich glaube, es gibt auch mehr als ein Band, dass die Bücher sehr schön geschrieben sind. Also dass die einen schönen poetischen Stil haben und dass die leicht zu lesen waren und deswegen ja auch von vielen Leuten gelesen wurden. Und ich hoffe, dass der Film so einen ähnlichen Stil rüberbringt und den Leuten auch gefällt, die das Buch gelesen haben. Von daher denke ich, dass nicht nur Leute ihn sehen als Film und dann beeindruckt sind, okay, das war jetzt ein schön leichter Film und das ist eine schön erzählte Geschichte, sondern dass er auch die Leute glücklich macht, die das Buch gelesen haben und die dann auch ins Kino lockt. Geht alle ins Kino, bitte. Das heißt, du bist da auch glücklich rausgekommen? Ich bin da auch glücklich rausgekommen und vor allem, ich musste auch an dich denken, lieberst du, denn du fandest ja, dein Film des Jahres 2023 war ja All of Us Strangers. Der ab 8. Februar startet, by the way. Hört in unsere Besprechung rein. Oh ja, okay. Und da geht es ja auch, es hat eine ähnliche Thematik, es geht auch um zwei Männer und auch diese Homosexualität, beziehungsweise die Zuneigung zueinander und die Nähe, die sie erst zulassen müssen. Und es gibt auch, es ist auch hier in diesem Film, werden wir eine Szene haben, die Verbindung, es hat was mit Sternen zu tun und etwas mit AT-Soundtrack und eben Menschen, die sich näher kommen. Und das fand ich, auf meine Art war dieser Film dann mein kleiner All of Us Strangers, aber in Teenager-Form. Okay, dann muss ich natürlich, ich als All of Us Strangers-Fan muss natürlich dann sofort die Frage stellen, haben sie denn rasierte Beine? Ich habe nicht auf die Beinhaare geachtet, auch bei All of Us Strangers nicht. Ja, mehr dazu im All of Us Strangers-Podcast. Hast du noch irgendetwas außer dein Fazit, was du zu Aristoteles und Dante Entdecken, die Geheimnisse des Universums hast? Ich kann gleich ins Fazit rein, mich rein stürzen. Dann bitte. Also, ich habe auch den Titel, ich kannte nur den Titel vom Film und dachte, ja gut, das gucke ich mir mal an, ich bin total überrascht, was könnte das sein? Und war im Kino und es war echt ein schön leichter Film, so wie man sich Young Edal halt wünscht, Coming of Age. Ich meine, Young Edal kann auch hier dieser ganze Twilight-Kram sein. Nein, da bitte nicht dran denken. Sondern es ist wirklich ein ganz leichter Film, der diese Themen nicht überwuchtet, obwohl viel da drin vorkommt. und das mit zwei sympathischen Jung-Schauspielern uns schön darstellt und das ist für mich auch eine Empfehlung. Schaut ihn euch gerne im Kino an, aber auch zu Hause. Ist ein schöner Film, um auch so ein bisschen in Texas so ein bisschen reinzutauchen und eben in die 80er Jahre in Texas. Von daher eine Empfehlung von mir. Was soll denn jetzt dieser unangebrachte Twilight-Diss? Das verschieh ich jetzt gar nicht. Bei Young Edal fällt mir immer nur Twilight ein, eigentlich. Was schrie ich mit dir, Joshua? Das kann nicht wahr sein. Young Edal, Twilight. Also, da gibt es so viele schöne Sachen. Ja, diesen Film zum Beispiel. Ja, oder vielleicht einen Tipp, den gibt es bei Netflix von Bo Burnham, Elf Grade. Auch ein sehr, sehr schöner Film. Wie heißt der Film? Gut, Elf Grade, also 8. Klasse. Ah, okay, alles klar. Bo Burnham hat da Regie geführt und ist auch ein sehr, sehr schöner Film. Der hat Regie geführt? Krass, den muss ich sofort angucken. Ich mag den sehr gerne. Der ist super, wirklich, der ist richtig großartig. Okay, das heißt, ihr habt hier direkt zwei Empfehlungen. Aristoteles und Dante entdecken die Geheimnisse des Universums und 8th Grade. Genau, das ist ganz wichtig geschlossen. 8th Grade. So, vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind hier mit durch. Denkt dran, Teleshop-Disch gibt es überall, wo es Likes und Podcasts gibt. Und auf unsere eigenen hausinternen, nee, hausinternen, das ist falsch, auf unsere eigenen, so ist es richtig, Internetseite www.stammtisch-tilo.de. Findet den Fehler einfach selbst. Ich sage tschüss, Joschi, ich überlasse dir das Feld für die Verabschiedung und ein bisschen Reclame und sage bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich darf am Ende immer noch meinen Werbeblock hinten dranhängen. Ich habe auch eine Webseite, eine hauseigene und zwar schlogger.de, denn da findet ihr heraus, dass ich Autorin bin und Comiczeichnerin. Ihr könnt aber auch direkt in den Schlogger-Shop gehen, denn meine Werke, ich habe zum Beispiel über Kommunikation mit Kindern, auch aber über Kommunikation im Streit, also wie kann ich da besser formulieren, geschrieben. Da könnt ihr das direkt als Buch gebunden kaufen im Schlogger-Shop.de oder ihr schaut auf Social Media unter dem Handle TheSchlogger, findet ihr mich eigentlich überall, Instagram, Facebook, Twitter, aber auch TikTok und Threads, da überall zeige ich mich rein, da mache ich überall mal mit. Ihr findet mich da, aber ihr findet mich auch immer wieder beim Tele-Stammtisch und ich freue mich darauf, wenn ihr bei der nächsten Besprechung wieder reinhört. Tschüss, bis dann. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.